Meine Freundinnen, die haben alle Kinder und die sind mega stolz drauf. Die haben so Tassen und so T-Shirts, wo so Sachen draufstehen, wie so Supermama, beste Mama der Welt, ich bin eine Mama, was ist deine Superkraft? Verhütung. Danke. Ja, meine Eltern sind sehr stolz. Mein Papa, der ist arabischer Muslime und meine Mutter ist österreichische tantrische Sexualtherapeutin. Ja, und das macht mich zum Scheidungskind. Ja, meineもの ausschließlich sehr stolz. Was hat sie ausger Tarkozyng. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020